Liebe Freunde, liebe Zuhörer, der Papst hat eigentlich von Anfang an ziemlich klar seine Positionen dargelegt, was er will. Und es ist erstaunlich, jetzt im Rückblick auf die acht Jahre, wie das oft zur Seite geschoben worden ist. Wie man dann gedacht hat, der wird sich schon noch ändern und das hat er eben nicht getan und dann entsteht natürlich eine entsprechende Frustsituation. Der Papst war nur wenige Monate im Amt, als er am 28. Juli 2013 mit den Journalisten vom Weltjugendtag aus Brasilien zurückgeflogen ist und die durften dann ihm Fragen stellen. Auch jene, die uns jetzt in dieser Zeit bewegt, sie haben gesagt, dass die Kirche ohne Frau an Fruchtbarkeit verliert. Welche konkreten Maßnahmen werden sie ergreifen? Zum Beispiel das weibliche Diakonat oder eine Frau an der Spitze eines Dikasteriums, wo bisher eigentlich nur Erzbischof oder Kardinäle das geleitet haben. Und eine ganz kleine technische Frage, sie haben gesagt, dass sie müde sind, wenn wundert das, wenn man das Programm angeschaut hat und die Zeitumstellung berücksichtigt, den Jetlag. Haben sie eine Sonderausstattung für die Rückreise? Sie können sich jetzt schon, wenn sie den Papst kennen, ausmalen, wie die Antwort ausfällt, ob er irgendetwas Besonderes für sich hat, dass es ihm halt bequemer geht. Beginnen wir mit dem Letzten. Dieses Flugzeug hat keine Sonderausstattungen. Ich bin von, ein schöner Sessel, bequem, aber gewöhnlich. Der, den alle haben. Ich habe einen Brief schreiben und einen Telefonanruf machen lassen, um zu sagen, eigens der Fluggesellschaft geschrieben, um zu sagen, dass ich keine Sonderausstattung im Flugzeug wünsche. Ist das klar? Also der Papst hat schon seinen eigenen Stil, also eigens einen Brief schreiben lassen. Er wünscht nicht eine Sonderbehandlung. Zweitens die Frau. Eine Kirche ohne die Frauen ist wie das Apostelkollegium ohne Maria. Die Rolle der Frau in der Kirche ist nicht nur die Mutterschaft, die Mutter der Familie, sondern sie ist stärker. Sie ist wirklich die Ikone der Jungfrau Maria, der Gottesmutter. Diejenige, die der Kirche hilft zu wachsen. Aber bedenkt, dass die Madonna wichtiger ist als die Apostel. Die Kirche ist weiblich. Sie ist Kirche, Braut, Mutter. Das habe ich ja auch in vielen Predigten dargelegt, die Sie übrigens auf den CD-Dienst beziehen können. Und das ist schon etwas, was sehr grundsätzlich ist. Aber die Rolle der Frau in der Kirche darf nicht nur auf die der Mutter der Arbeiterin hinauslaufen, eine eingeschränkte Rolle. Nein, es ist etwas anderes. Papst Paul VI hat etwas Wunderschönes über die Frau geschrieben, doch ich glaube, dass man in der Verdeutlichung dieser Rolle und dieses Charismas der Frau noch weitergehen muss. Man kann eine Kirche ohne Frauen nicht verstehen. Aber Frauen in der Kirche aktiv sind mit einem eigenen Profil, die alles voranbringen. In der Kirche muss man an die Frauen denken aus der Perspektive riskanter, aber fraulicher Entscheidungen. Das muss noch besser verdeutlicht werden. Ich glaube, wir haben in der Kirche noch keine vertiefte Theologie der Frau entwickelt. Nur, dass sie dies oder jenes tun kann. Jetzt ist sie Ministrantin, jetzt liest sie die Lesung, ist die Präsidentin der Caritas, aber es gibt mehr. Es braucht eine tiefe Theologie der Frau. Sie muss entwickelt werden. Das ist das, was ich denke. Und das hat er auch in Carita Amazonia in einem späteren Schreiben dargelegt. Und da wird natürlich dann noch von den Reportern nochmals nachgehakt. Nein, es muss mehr sein. Es ist zutiefst mehr. Es ist mystisch mehr. Das ist das, warum ich von der Theologie der Frau gesprochen habe. In Bezug auf die Priesterweihe der Frauen hat die Kirche klar gesprochen. Sie sagt, nein. Johannes Paul II. hat das gesagt. In definitiver Form. Diese Tür ist verschlossen. Doch dazu möchte ich dir etwas sagen. Und ich habe es schon gesagt und wiederhole es. Die Mutter Gottes, Maria, war wichtiger als die Apostel. Die Bischöfe, die Diakone und die Priester. Die Frau ist in der Kirche wichtiger als Bischöfe und Priester. Wie? Das ist das, was wir versuchen müssen, besser zu klären. Denn ich denke, es fehlt eine theologische Erklärung. Und das ist auch der Grund, warum jetzt schon zum dritten Mal in Bezug auf das Diakonat der Frau eine Kommission tätig werden lässt, die das untersucht, was am Anfang der Kirche da war. Aber er hat dann auch sehr, sehr deutlich gesagt, dass die heiligen Weihen aufgrund auch dieser Symbolik von Braut und Bräutigam nur Männer in der katholischen Kirche offen stehen. Er denkt offensichtlich eine Art Beauftragung der Frauen nach. Also keinen Diakonat, aber nicht mit einer Weihe versehen, sondern eine Beauftragung, einen marianischen Diakonat, um es mal so zu nennen. Und das sollte man dann bitte auch akzeptieren und nicht ständig dagegen Sturm laufen. Dann wurde er gefragt zu seiner Beziehung zu Papst Benedikt. Das waren ja erst vier Monate her. Ich habe ihn sehr gern. Ich mochte ihn immer. Benedikt ist für mich ein Mann Gottes, ein demütiger Mann, ein Mann, der betet. Ich war sehr glücklich, als er zum Papst gewählt wurde. Als er zurückgetreten ist, war das für mich ein Vorbild an Größe. Nur ein Großer tut das. Ein Mann Gottes, ein Mann des Gebetes. Er wohnt jetzt im Vatikan und einige sagen mir, wie geht das? Zwei Päpste im Vatikan. Steht er dir nicht im Weg? Schürt er eine Revolution gegen dich? Auf all das hat Papst Franziskus eine einzige Antwort. Es ist schön, einen weisen Großvater im Haus zu haben. Er ist ein so vorsichtiger und besonderer Mann. Er mischt sich nicht ein. Ich habe ihm viele Male gesagt, Heiligkeit, empfangen Sie Besuche. Leben Sie ihr Leben. Kommen Sie zu uns. Er ist zur Einweihung und Segnung der Statue des eigenen Erzlings Michael gekommen. Sehen Sie, dieser Satz sagt alles. Für mich ist es, wie einen Großvater im Haus zu haben, meinen Vater. Wenn ich eine Schwierigkeit habe oder etwas, das ich nicht verstanden habe, dann rufe ich ihn an. Sagen Sie mir, kann ich das so machen? Und als ich gegangen bin, über dieses große Problem der Wikileaks zu sprechen, also interne Unterlagen nach außen weitergeleitet worden, vertraulicher Art, hat er mir alles mit einer Einfachheit gesagt im Dienst. Als er in der Abschiedsrede am 28. Februar zu uns sprach, hat er gesagt, unter euch ist der nächste Papst. Ich verspreche ihm Gehorsam. Das ist wirkliche Größe. Benedikt ist ein Großer. Dann wird er gebeten, eine Bilanz zu ziehen. Er ist erst vier Monate im Amt. Ich weiß nicht, was ich jetzt darauf antworten soll. Schlimme, schwerwinkte Dinge hat es nicht gegeben. Schöne ja. Zum Beispiel die Begegnung mit den jenischen Bischöfen war sehr, sehr schön. Dann gab es auch etwas Schmerzliches, das mir ziemlich zu Herzen gegangen ist. Der Besuch in Lampedusa. Das ist zum Weinen, wenn diese Boote ankommen. Dann lassen die Verantwortlichen sie einige Meilen von der Küste entfernt und die Menschen müssen allein mit dem Boot ans Ufer gelangen. Das schmerzt mich, denn ich denke, dass diese Menschen Opfer eines weltweiten sozioökonomischen Systems sind. Das Schlimmste, was mir passiert ist, bitte entschuldigen Sie, das war ein Ischias-Syndrom. Ja, wirklich. Ich hatte es im ersten Monat, denn für die Gespräche setzte ich mir einen Sessel und der hat mich ein bisschen geschädigt. Eine Ischialogie ist eine äußerst schmerzliche Angelegenheit. Ich wünsche das niemandem. Aber diese Dinge mit den Menschen sprechen, die Begegnung mit den Seminaristen und den Ordnungsleuten, all diese Dinge waren sehr, sehr schön. Auch die Begegnung mit den Schülern des Jesuiten-Kollegs waren sehr schön. Das sind gute Sachen. Was hat sie am meisten überrascht? Die Menschen, die guten Menschen, denen ich begegnet bin. Ich habe so viele gute Menschen im Vatikan getroffen. Ich erzähle dir eine Anekdote zu Vatilix-Bericht. Als ich Papst Benedikt besucht habe, sind wir, nachdem wir in der Kapelle gebetet haben, in seinem Büro gewesen. Ich habe eine große Schachtel und einen dicken Briefumschlag gesehen. Benedikt sagte mir, in dieser großen Schachtel sind alle Erklärungen, alles was die Zeugen ausgesagt haben, alles ist dort. Aber die Zusammenfassung und das abschließende Urteil sind in diesem Umschlag. Und darin heißt es, sagt der Papst Tatata, also er möchte das nicht nennen, Benedikt hatte alles auswendig im Kopf. Wie intelligent ist dieser Mann. Alles aus dem Gedächtnis konnte er mir sagen. Nein, ich habe mich nicht erschrocken. Nein, doch es ist ein gewichtiges Problem. Aber ich war nicht darüber erschrocken. Und dann, ob er auch manchmal wieder davon träumt, in Buenos Aires zu sein. Was Buenos Aires betrifft, ja, es fehlt mir manchmal. Und das spürt man. Aber es ist kein Mangel. Ich trage das mit Gelassenheit, mit sehr großer Gelassenheit. Also, dass er das nicht mehr in seiner Heimat sein kann. Ich danke Ihnen. Heute kam wieder die Monatsbilanz. Als Programmchef und Vorstandsvorsitzender bin ich auch dafür verantwortlich. Für den Monat Juni auf den Tisch. Sie haben uns geholfen. Nach vier Millionen Euro Spenden für den Mariaton ist es immer ein gewisses Zittern, ob dann die nächsten Monate absacken. Weil die Leute ja nicht endlos Geld haben. Sie haben uns weitergeholfen. Aber wir haben noch zwei, drei trockene Monate vor uns. Das ist der Juli, der August und der September. Und dann geht es erfahrungsgewäß, weil die Leute oft wieder mehr zu Hause sind und mehr Radio hören aufwärts. Wir haben wirklich enorme Investitionen. Wenn Sie nach Balderschwang kommen, werden Sie das Medienhaus kaum mehr so sehen, wie Sie es gewohnt sind. Wir haben einen großen Parkplatz, eine Bedachung gemacht. Bei uns im Winter haut es zwei, drei Meter Schnee her. Und es ist sehr mühsam für die Mitarbeiter, immer die Autos ausschaufeln zu müssen. Denn tagsüber, wenn sie arbeiten, kann bis zu einem Meter Schnee fallen. Also es hat uns sehr geholfen, auch bei dem Satellitenmobil. Das erhöht auch die Verkehrssicherheit, wenn dann nicht die Leute waghalsig auf den Wagen klettern müssen und die Satellitenschüsseln freischaufeln müssen. Das wird auch angelegt. Und dann haben wir das Nebenhaus jetzt fast ganz mieten können und umgebaut. All das ist mit ziemlich Kosten verbunden. Auch jetzt 10.000 Euro mehr jeden Monat für Digitalradio. Und das wird noch in diesem und in den nächsten beiden Jahren so sein. Dann haben wir die Endausbaustufe erreicht. Also helfen Sie uns weiterhin. Wir sind sehr dankbar. Wenn viele wenig geben, dann kommt insgesamt sehr viel zustande. Herzlichen Dank. Es segne und behüte Sie, der mächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.